Eigentlich kennen wir alle Kettenreaktionen und die sind auch ziemlich einfach zu verstehen. Beim Autofahren zum Beispiel, wenn ein Auto langsamer fährt und das nächste noch langsamer und irgendwann gibt es einen Stau, ist auch schon eine Kettenreaktion. Oder die La-Ola-Welle beim Fußballer, die kennen wir alle. Sogar eine Klospülung hat was mit Kettenreaktionen zu tun. Und seit mir das klar ist, denke ich, überall um uns herum sind Kettenreaktionen. Was hat denn eine Klospülung mit einer Kettenreaktion zu tun? Das ist eigentlich ganz leicht. Wir schauen uns nur das Wort an. Kettenreaktion, also Kette und Reaktion. Kette, woran denkt man da? Na klar, etwas folgt auf etwas anderes. Eine Sache passiert, dann passiert noch eine, dann passiert noch eine Sache, noch eine, noch eine, noch eine. Und Reaktion, das heißt, etwas reagiert auf etwas anderes. Eine Sache wird ausgelöst durch etwas. Es braucht also am Anfang einen Auslöser, dann wird dadurch noch eine Sache ausgelöst und noch eine und noch eine und noch eine. Eine Kettenreaktion eben. Und bei der Klospülung ist das ganz leicht zu verstehen, wenn man die mal auseinanderbaut und sich genau anschaut. Oder wir schauen uns gemeinsam ein Plakat an. Und zwar funktioniert das so. Wenn ich hier den Hebel betätige bei der Klospülung, dadurch, dass ich den hier runterdrücke, bewegt sich hier in der Mitte etwas nach oben. Und an diesem Hebel, der sich hier nach oben bewegt, hängt der Stöpsel dran. Der Stöpsel kommt also mit nach oben und das Wasser kann reinfließen. Das ist aber nur eine Kettenreaktion. Es gibt sogar noch eine zweite. Und zwar, wenn das Wasser reinfließt in den Spülkasten, dann läuft das ja nicht über. Und warum ist das so? Das funktioniert deshalb, weil wir haben hier diesen Schwimmer. Das ist ein Teil, was nicht untergeht. Wasser läuft rein. Der Schwimmer steigt mit dem Wasser hier nach oben. Und wenn der oben angekommen ist, dann verschließt ein kleiner Stöpsel, der damit zusammenhängt, den Zulauf. Kein Wasser läuft mehr rein. Der Spülkasten läuft nicht über. Alles ist super.